Herzlich Willkommen zu meinem ersten Test in 2013. Heute geht es um Trennscheiben, 125x1mm in Edelstahl, die Topprodukte der Firmen Tyrolit und Rhodius. Von Tyrolit habe ich hier 125x1mm bezeichnet als Premium und von Rhodius kommt hier die XT10. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, kommen wir also zur Auswertung des Tests. Getrennt wurde mit 125x1mm Trennscheiben in Edelstahl. V4a quadratisch und vollmassiv in der Abmessung 18x18mm. Interessanterweise schaffte sie die Scheibe von Tyrolit, bezeichnet als Premium, tatsächlich dicht an die legendäre XT10 heran und schafft in diesem Test 38 Schnitte. Dabei läuft sie einen Hauch schneller und leichter als die Scheibe von Rhodius. Die XT10 dagegen ist der Sieger im Standzeitvergleich und schafft 41 Schnitte und läuft auch bis zur Mitte hin noch rund und vibrationsfrei. Beide Scheiben sind meine Top-Empfehlung, besonders auch für den Shop. Vielen Dank für heute, bis zum nächsten Test.